Ich finde auch, dass dieser Effizienzgedanke da irgendwie, wie sagt man, überbordet auf dieser Seite, weil auf der einen Seite, ja natürlich ist Effizienz gut, aber Effizienz kann ja nicht heißen, ich mache gleichzeitig mein Meeting, absolviere dabei meine 10.000 Schritte und weiß nicht, esse vielleicht noch einen Apfel dazu, damit ich gesund auch noch bleibe. Und vielleicht währenddessen, weiß nicht, lasse ich mir die Sonne im Bauch scheinen, um mein Vitamin D zu tanken. Also das ist so viel auf einmal, glaube ich. Ich glaube, das kann nicht wirklich wohin führen zu einem Punkt, wo man sagt, jetzt hast du mehr gewonnen, weil du Zeit gespart hast. Also ich glaube, das ist wirklich weit weg von dem. Also ich finde es schon im Prinzip gut, dass man da so ein Laufband hat, wo man vielleicht einmal die Gelegenheit hat, zwischendurch sich mal zu bewegen. Wobei ich natürlich schon die Frage stellen muss, ja okay, wenn du im 100. Stock von einem Hochhaus bist, wo du mal 10 Minuten draußen bist, aber ansonsten, ich meine, warum magst du nicht einfach das Leben draußen sozusagen in Anspruch nehmen? Also ich weiß schon, dass nicht jedes Büro dort ist, wo Natur ist, das sehe ich schon ein. Aber trotzdem, der Aspekt der Frischluft, ich merke das bei meinen Morgenspaziergängen jetzt, also ich glaube, viel ist halt schon auch Luft zum Beispiel und der andere Sauerstoff und auch der Betenwechsel fürs Auge und wahrscheinlich auch für alles, was dahinter liegt, fürs Hirn und so einfach, dass du einfach mal rauskommst und dass du mal was anderes siehst. Und dann einfach nur, anstatt dass du dort sitzt, deinen Hintern auf ein Laufband zu schwingen. Also ob das jetzt den großen Unterschied bringt, würde ich jetzt eher mal zweifelhaft sehen.